Und wir stehen in der Deepest! Zauber! Hier haben wir jetzt die 46, Sebastian von der Bühne. 7 Meter, Hasbro! Unser Ball! Hasbro Führer! Unser Ball! Unser Torstädter war die Nummer 9, Johannes Lohr! Unser Ball! Unser Ball! Unser Torstädter kann sie gehen sehen! Und weiter! Weiter! Interweil im Asport zu den sechsten Fijan Brau! Und Tore, unsere Nummer 44, Jakob Stieger. High-speed-Anfall. Und wir machen eine Stimme an die Halle auf der C-Chain. Und wir machen eine Stimme an die Halle auf der C-Chain. Und wir machen eine Stimme an die Halle auf der C-Chain. Und wir machen eine Stimme an die Halle auf der C-Chain. Und wir machen eine Stimme an die Halle auf der C-Chain. Und wir machen eine Stimme an die Halle. Sieben Meter, Astro. Im Hasbautor, Titian Blau! Im Hasbautor, Titian Blau! Im Hasbautor, Titian Blau! Fünf Minuten nach dem Abpfiff stellen die Trainer der beiden Mannschaften vor und bringen ihr Statement zum Spiel. Erfolgreich für Aspoli 26! Stefan! Wer hat alles drin? Tja! Wer hat die Nummer zehn? Mito! Brücker! Und dabei! Ja! 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 Unser Torfens Liedermann 23! Machs! 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 Fabio! Fabio Nikola! Wir haben auch ein Applaus in Italien der Nummer 10. Nikola! Nikola! Wir habenoper! Wir haben auch ein Applaus! Das ist ein Kampf, das war Ihnen zu sagen, in fünf Minuten das Trainergespräch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017